Hallo und herzlich willkommen aus der Amsterdam Arena. Ich bin Wolf Wuss und neben mir sitzt Hansi Küpper. Hallo Wolf, auf dieses Spiel freue ich mich besonders. Ich bin gespannt, ob es unsere Erwartungen erfüllt. Wie sieht deine Prognose vor dem Spiel aus, Hansi? Interessant wird heute das Abwehrspiel. Eine souveräne Abwehr ist heute entscheidend, da beide Teams sturmstark sind. Gute Arbeit, Mann gegen Mann. Sie haben den Ball zurück. Und damit sind sie wieder im Ballbesitz. Scholes. Parki Sung. Rune. Scholes. Jetzt hat er die Möglichkeit. Souverän den Ball erobert. Scholes. Eine Viertelstunde ist gespielt. Jetzt im 16-Meter-Raum. Ganz schwache Aktion. Der Ball geht meterweit am Ziel vorbei. Guter Schuss, auch wenn er nicht reingeht. Dafür macht ihm niemand einen Vorwurf. Guter Schuss, auch wenn er nicht reingeht. Dafür macht ihm niemand einen Vorwurf. Er passt zurück. Zurückgepasst. er passt ihn zurück was für ein klops da hinten der ball geht weit am tor vorbei und ein raunen geht hier durchs weiter rund er versuchte es warum auch nicht uschida raul sie kombinieren hier wirklich geschickt wie viele dadurch kommen er versucht es nochmal dafür brauchte sich der torhüter nicht besonders zu strecken das war der pausenpfiff zeit für beide trainer das geschehen aus durchgang 1 zu analysieren das war der pausenpfiff zeit für beide trainer das geschehen aus durchgang 1 zu analysieren da gibt es mit sicherheit das wenig passiert spielstand der zweite abschnitt in dieser partie läuft und wir sind gespannt wie sich die gemengelage entwickelt also stehen 0 zu 0 keine tore bis hierhin wir hoffen auf besserung das muss es sein gut gemacht so wurde der angriff gestoppt fast ein ob gute balleroberung jetzt haben sie die möglichkeit einen wechsel vorzunehmen gut den ball behauptet der schuss geht in richtung engfahre bei dem schuss hatte er einfach nur pech so macht er oft sein tor der wechsel überrascht mich nicht gute entscheidung wir bekommen gerade aus dem innenraum die information dass es demnächst einen spieler wechsel geben wird der legt ihn ab schultz aus der entfernung drauf gehalten sicher gehalten vom torwart noch 15 minuten zu gehen das musste der umparteist einfach abweifen dieser spieler wird jetzt die position übernehmen so die große frage lautet gibt es den dampfhammer oder versucht er ihn rein zu streichen auch viel zu hoch starker kopfball aus der entfernung aber nicht stark genug die hebt den ball über die abwehr mit viel routine geholt richtig dass der schiedsrichter hier eingreift klares foul ob da noch was geht sie sind wieder im ballbesitz wenn sie hier noch was reißen wollen dann jetzt runde sie sollten den trainer jetzt mal sehen der ist fertig aber ist ja nochmal gut gegangen schön in den freien raum gespielt der schiedsrichter beendet dieses spiel die beide mannschaften ams versucht und sind nicht mit drei punkten letztlich belohnt worden es ist einer geworden das entscheidende tor wollte nicht